Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herz Medicine, Time to Heal. So, ich muss mal eben das Mikrofon... Oh, wir haben jetzt nur noch zwei Tage in der Physiotherapie und danach geht's weiter in der Radiologie. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber egal, erstmal machen wir hier weiter. So, Nummer 39. Also, Tag Nummer 30. Eisbeutelzeit. Bereite sechs Eisbeutel vor. Ich... Ich konnte dich nicht rechtzeitig warnen. Er ist heute Morgen einfach hereinspaziert. Daniel, ich flehe dich an. Bitte. Du musst Haus sagen. Du. Du musst mich nicht länger überreden. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Naja. Hauptsache, er sagt auch so. Wir haben tausend, aber das heben wir uns auf. Da können wir also gleich in der Radiologie richtig viel einkaufen. Aber bevor du das... Kommt so... Ne? Oh. Und da hinten noch Hämmerchen. Du runter und dich lasse ich schon mal raus. Okay. Du bekommst das. Du das. Okay, immer noch eins. Wegschmeißen. Wo ist es? Rosa! Wo ist denn Oliver? Oh mein Gott, glaubt du, ich seh den. Ich seh ihn nicht. Oh. Knackt. Was ich mich ja frage, ist, ähm... Ja, ich weiß, du warten. Ja, ja, du dahin. Du dorthin. Du dorthin. Du dorthin. Und euch mal hier entlassen. Tschüssi. Okay. Hm? Knack. 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 Ah. Ja, seid doch nicht so sauer. Da. Da, ab dich. Und drehen. Du dorthin. Du dorthin. Du dahin. Was hättest du gerne? Du möchtest natürlich was haben, was ich nicht habe. Hopp. Hier runter. Du dorthin. Oh, das war aber echt knapp. Du möchtest... Das hier, das sind Tabletten. Für mich sind das Tabletten. Hm? Oh. Hm? Oh. Ganz nach unten. Hm? Oh. Okay. Du das. Du das. Du das. Dann hierhin. Tabletten. Und du bekommst eine richtig schöne Massage. Lisa, 40 Kilometer gelaufen. Ja. Hm? Ah. Hm? So. Das haben wir jetzt... Alles gleich. Schon lange die Krücken nicht mehr gehabt. Hm? Ah. 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 Das war doch sowas von klar. Da. Das da. Und hin und her. Hm? Ah. Gut. Du möchtest ein Eispack haben. Ja. Jetzt wo ich kaum noch welches habe. Hm? Ah. Dann machen wir mal etwas nach. Dann kommst du da hin. Ah. Du möchtest auch zwei Sachen. Rauf. 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 Und ja. Schön brav gemacht. Toll. Danke. Hopp. Auffüllen. Hm? Oh. Okay. Dann schauen wir mal. Was wollt ihr haben? Du möchtest das haben? Du das? Miau. Oh. Das. 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 Und das. Alles gleich. Ja. Manchmal. Das. Ähm. Ist nicht wirklich leicht. Gut. Du dorthin. Du dahin. Und dann gucken wir mal. Was ihr haben wollt. Du möchtest ein Eispack haben. Gut. Du möchtest das haben. So. Vorbereitung ist alles. Und euch. Lassen wir mal freien Lauf. Äh. Zzzz. Na. Oh. Komm. Bahl dich. Huh. Äh. 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 Hier. Dieser Knochen. Brrrr. Gut. Du kommst mal gleich zu mir. Hm? Ah. Na ja. War ja klar. Du möchtest das haben. Jetzt warten wir noch. Der will bestimmt Krücken haben. Tschüss. Hm? Ah. Ja. Und Schicht beendet. Du. Das ist ein Herz verloren. Na gut. So. Was möchtest du haben? Du möchtest bestimmt das möchtest haben. Ne. So. Klar. Keit Thema. Und tschüss. Gut. Wir haben die Schicht geschafft. Yeah. Ja. Bip. 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 Oliver und Prüfung weiter. Es tut mir leid. Das muss es nicht. Was machen wir hier, Daniel? Seit dem Unfall bin ich jeden einzelnen Tag hierher gekommen. Genau an dieser Stelle. Ich hätte einfach sterben sollen. Ich bin an allem schuld. Ohne mich wäre die Welt besser dran. Das ist nicht wahr. Dein neuer Krankenhausflugel wird vielen Menschen das Leben retten. Wenn ich hier gestorben wäre, hättest du Joe retten können. Und wenn ich dich nicht überredet hätte, deinen Vater einzuladen, wären wir auch nicht hier. Ja, du darfst dir keine Schuld geben. So wie du dir auch keine Schuld gibst. Wir sind schon zwei Früchtchen, was? Wenn wir hier nicht verunglückt wären, wäre es hier richtig romantisch. Wir haben eine Trophäe. Trophäe. Und zwar Lisa, 40 Kilometer gelaufen. Das ist so schön. Boogie zurück, da geht's zurück. So, ein Spielchen. Gesunde Lebensweise. Die Behandlung pro Patient sind gestiegen. Okay, das heißt also... Behandlung pro Patienten sind gestiegen. Ja. Oh Mann, ne. Die haben jetzt drei... Das wird ja hektisch jetzt hier, aber... Und ihr beide wollt mir nicht helfen, ne? Nein, ihr beide wollt mir sich helfen. Brücken. Hey. Punchy girl. Boop. Boop, 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 boop. Das kannst du selber machen. Guck doch nicht so grimmig, nur weil du hier musst. Hier runter. Du möchtest gerne. Du möchtest hier rauf. Okay. Muss man sich hier auch noch anstrengen, hier auch mal so eine Prüfung hier. Okay, was wollt ihr? Was wir zu tun möchten, ist das haben. Boah, die will vier Behandlungen haben. Okay, jetzt wird's ein bisschen hektisch. Oh mein Gott. Alter. Gut, 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 gut. Du möchtest das haben. Du das. Komm. So, du brauchst mal eine Hilfe, Chris. Du da runter, du dahin. Jetzt muss ich zwar hin und her laufen, aber es ist mir sowas von egal. Okay, erst mal die Massage. Oh Mann, das ist jetzt aber mal eine Prüfung, die hat's in sich. So, dahin, du, dorthin. Und helfen. So, erst mal hier frei, 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 frei. Äh, du das, du das. Du hierhin, du dahin, du hierhin. Ja, tut mir ja leid, aber das ist jetzt ein bisschen hektisch hier. Aha. Ganz vergessen. Boah, das ist ja mega, was die hier heute jetzt hier mitmachen. Boah, ja, ist ja gut. Alter, 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 Alter. Okay, gut, 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 gut. Du möchtest krücken, hab ich nicht. Du möchtest dahin. Nein, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. So, krücken. Du, den Punching-Bar. Hopp, 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 hopp. Du, hierhin. Na, du brauchst bestimmt das hier, alles klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier, was der Junge hier macht, gesund ist. Ah, ich hab hier nur eins. Auch nicht schlecht. Nicht geschafft. Ja, ich weiß, aber. Sorry, hallo. Aber ja, teilweise richtig hart. So, äh, ja, haben wir nicht geschafft. Ist egal, wir machen Tag 40. Welpen-Power. Heitere die Kinder auf. Wuuu, da bin ich ja mal gespannt. Geschafft. Joes Leichnam wurde freigegeben. Alles ist organisiert. Morgen kann ich ihn endlich beerdigen. Du kommst doch, oder? Niemand kann mich davon aufhalten. Auch diese Schicht nicht. So, jetzt machen wir die letzte Schicht. Heitere die Patienten auf. Wo ist der Goethe? Doch, wir machen das jetzt so. Du, du, dein Hopp. Da, dahin. Ich glaube, das zählt jetzt nicht. Nein. Du, da hin. Hundi, hau nicht ab. Äh, wie soll das denn gehen? Halt, 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 halt. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Naja, hier, komm. Ja, ich weiß. Komm, jetzt hier hin. Oder muss ich das so machen? Ach, so. Wo ist das Viech? Also, ich glaube, die Prüfung werde ich nicht schaffen, weil irgendwie macht er das nicht, was ich. Ah. So. Ich habe mich 10 gar nicht gemerkt. Oh, oh. So, du bist jetzt noch mal da hin. Jawohl, das hat jetzt geklappt. Jetzt habe ich schon wieder dieses Viech. Hm? Äh. Okay, 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 okay. Ich muss nicht mehr darauf konzentrieren, hier drauf. Oh. Ja. Also, Punkte gibt es hier nicht für. Das sehe ich jetzt schon. Hopp. Oh. nein ich hab ja ist ja gut ist ja gut ist ja gut okay so du dahin jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein problem also hier geht es dann ich habe ein problem ich habe alles hallo ich kann dich nicht bewegen ja das war's was passiert jetzt eigentlich wenn die alle jetzt weg sind ich habe ein problem die müssten alle noch mal einmal was machen die ersten gehen schon okay gut hopp du jetzt dahin dahin da ist ja nicht wahr jetzt muss ich mich jetzt mal hier drauf konzentriert geht ja nie mal nach okay also das mit dem rot das lasse ich jetzt mal sein ist das ärgerlich jetzt hier ist ja meine schlimmste schicht er war also ist auch da kurz schon mal hier hingehen ach ja komm hier verschwindet das ist jetzt wirklich meine schlimmste schicht hier vielleicht krieg ich ja wenigstens auch den bonus da kommt egal meine fresse das schlechteste überhaupt hier boah aber da war plötzlich haben alles besetzt ja das passiert wenn man sich nur zeit als assistenz ist in der physiotherapie abgeschlossen also sehr schön ich muss jetzt mal ein schlückchen kaffee nehmen hier also nähhhhh das musste aber sein das war die schlechteste schicht die ich jeweils hatte neuer raum radiologie scanne um die leiden ausfindig zu machen vergleiche röntgenbilder und nutze den ultraschall untersuche mit robben jedes bild im dunklen radiologie raum tipp vergiss nicht dass oliver in jeder abteilung zehnmal zu finden ist das war dein letzter tag mein fräulein ich konnte mich die ganze zeit kaum mit dir unterhalten ja du warst ja mal weg verspricht mir dass du fernöstliche medizin mit mir übst sobald der neue flüge fertig ist versprochen und lass dich gefälligst in der neuen ab pädiatrie abteilung blicken nur wenn wir öfter mal mit princess gassi gehen äh ja was du heute kannst du sagen das verschiebe nicht um morgen ok ich komme bestimmt sollte daniel nicht längst hier sein eigentlich schon aber er hatte seinen termin abgesagt egal ich sehe ihn ja morgen auf der beerdigung lass dir ruhig zeit wir gehen erst wenn du bereit bist sophia wir gehen wir gehen wir gehen wir gehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ruhe, Frieden, Ciao Ach, sorry Leute, jetzt musste ich mal erstmal selber ein bisschen schlucken. Ach, nee, nee, nee. Daniel? Warum warst du nicht auf der... Oh, Robin, entschuldige. Ich wollte mit Daniel sprechen. Weißt du, wo er ist? Er ist verschwunden. Radiologie. So, ähm... Falls ihr euch gewundert habt, warum da ein kleiner Minikat war, das lag daran, weil ich einmal ein bisschen was trinken musste und einfach mal die Situation selber sacken lassen musste. Ähm... Es ist schon verrückt, wie manche Spiele so einen packen können. Dafür, dass ich zuerst dachte, naja, was ist das so... Aber das ist schon... Ich find's schön, dass es so ernste Themen aufnimmt. Ähm... Und auch solche Sachen wie, wie, ähm... Den Tod auch mit beinhalten oder den Drogenkonsum, ne, mit der Drogenabhängigkeit, ne. Bis jetzt... Find ich schon top. Ähm... So, wie gesagt, das ist die Erklärung zu dem kleinen Minikat. Ähm... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann geht's mit Tag 1 Radiologie. Sie nach dem rechten. Entlasse die Patienten innerhalb von 20 Sekunden nach ihrer Behandlung. Und... Das ist, glaube ich, die vorletzte. Genau. Und dann kommt der OP. Dann haben wir es auch geschafft. Für... Dieses Let's Play. Nur noch diese beiden... Ne... Zehn Stück erwarten uns noch. Ähm... Mal gucken, ob irgendwelche Akten hier noch auftauchen. Ich... Ganz zum Schluss kommt eine Akte. Und hier kommt nicht eine Akte. Finde ich ein bisschen komisch. Aber egal. Lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ne, ciaoi. Euer Bärchen.